Here we go! Aber sieht nicht so aus, denn Filch war ja damals, damals, der erste Gegner sozusagen. Jetzt sind wir gleich hier bei Snapey Snape. Ich glaube, ja, oder? Weiß ich nicht. Obwohl, ne. Achso, die beiden hier, okay, ja gut. Das ist ja noch okay. Das ist ja noch okay. Gut. So, da war die Pressure. Ah, die ist schon drauf. Sehr gut, die ist schon drauf. Das heißt, wir brauchen wirklich nur den Umhang und dann ab durch die Türe und das letzte Rätsel lösen. So, er haut alles ab, das ist unsere Chance. Und er, tja, was macht er eigentlich? Warte mal auf Snape, bis der weg geht. So. Und jetzt Filch. So, hau ab, alter Mann. So, wir düsen jetzt mal hier runter. Hier hinterher. Was, hau ab. Oh Gott, der kommt zurück. Ne, ne. Jetzt, komm. Zack. Und? Und weg hier, weg hier, weg hier. Ah. Huh. Geschafft. So, jetzt dürfte die letzte Passage kommen. Mit Snape Reno. Ah, ne. Erst nur noch mit Gone to Gallerino. Komm, schnell hoch hier. Schnell hoch. Jawohl. Perfekt. Perfekt, so. Die Pressure Plate dürfte ja jetzt auch schon drauf sein. Das heißt, wir holen jetzt schnell das Ding. Und weg hier. Schnell weg. Sie können mich kriegen. Snape, 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 Snape. Ah, ah, ah. Gefahr, 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 Gefahr. Oh Gott. Puh. So. Da ist die Pressure Plate. Die wir, ja, mit uns selbst betätigen müssen. Also, erstmal schnell hier und sicher. Was? Was? Wie jetzt? Wie jetzt? Wie hat der mich denn gesehen? Oh Gott. Oh, herrlich, so eine Passage. Ich liebe es, ey. Mann, Junge. Das ist so nix für mich, ne? So nix für mich ist das. Das Ding ist, man wird doch irgendwann unvorsichtiger, ne? Man wird es dann schnell, schnell machen. Tja, dann wird man immer wieder catch vom Snape. Vom ollen Snape. Okay. Schnell weg. Zack. So, wieder das gleiche. Wir warten, bis er sich verkrümelt. Geh weg. Snape, spuck dir auf den Kopf. Puh. Haha. Fuh. Komm, geh weg, Junge. Geh weg. Tja, wir müssen nachher, wenn wir laufen müssen, wirklich den, den einen Moment abpassen. Ne? Ich muss mir angucken, wo läuft der Bengel lang? Also der Snape, ne? Und dann müssen wir von 0 auf 100 durchkrachen dort. Anders geht das nicht. So, jetzt komm. Hier. Hau ab. Geh weiter. Er dreht sich noch einmal rum. Genau. Und jetzt. Huuu. Huuu. Schnell weg. Huuu. Huuu. Hier ist nix. Gut. Wer hat's eben erwischt? Snape, ne? Nicht McGonagall. Die ist nett. Die ist nett. So, da ist er. Bäh. Okay. Wir kommen erst mal hoch. So. Ja, wenn die da jetzt hinten links geht, dann können wir direkt wieder rüber springen. Jetzt würde ich sagen. Huuu. Und weg, 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 weg. Komm, 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 komm. Komm, direkt zur Pressureplate. Komm. Yes. Okay, nice. So, wir sind safe. Alles klar. So, jetzt muss ich mir angucken, wo läuft der Bengel lang? Wann kann ich? Mal schauen. Also, ich muss genau dahin, wo er jetzt hingeht, ne? Ah, wir hängen. Da muss ich rein. So. Und ich würde loslaufen. Tja, wann? Wann? Jetzt wahrscheinlich. Jetzt müsste ich loslaufen. Ach, jetzt kommt ja noch eine Szene. Na, super. Ja, jetzt kann ich es auch wieder vergessen. Ja, jetzt kann ich es vergessen. Außer der ist halt stehen geblieben. Ha. Okay. Ja, mit gucken ist schon scheiße. Das geht nicht. Obwohl, jetzt. Doch, jetzt wäre es perfekt gewesen. Guck mal, wie weit er weg ist. Okay, das muss man abpassen. Ich warte, bis der jetzt vorbeikommt und dahinter geht. Dann krache ich los. So, komm, Snape. Mach deine Runde. So. Jetzt geht er erstmal wieder hier hin. Ich behalte dich im Auge, mein Freund. Ah. Er kommt. Ist es das jetzt schon? Ist es das? Ja, wa? Ja, komm. Komm. Zack. Oh Gott, kommt schon wieder die Szene. Was ist das denn? Ich weiß es, Junge. Ich weiß es. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Wo ist er? Wo ist er? Warte los, komm. Ah. Geschafft. Geschafft. Warte los, Junge. Warte los, Junge. Wer spricht zu Hagrid. Noch wieder, Cornelius. Ich sage dir, dass Hagrid wegzunehmen, nicht in der schlimmsten. Das muss Cornelius Fudge sein. Er ist Minister der Magie. Mein Vater. Es ist Boss. Quiet, Ron. Look at it from my point of view, Albus. I'm under a lot of pressure. Got to be seen to be doing something. If it turns out it wasn't Hagrid, he'll be back and no more said. So, where am I going? You'll only be going for a short stretch, Hagrid. It's not a punishment, more a precaution. If someone else is caught, you'll be let out with a full apology. Not Azkaban. Come along now, Hagrid. If anyone wanted to find out some stuff, all they'd have to do would be to follow the spiders. That'd lead them right. That's all I'm saying. Ron, look all the spiders. No, I'm going to the farm. Alright, be careful, Harry. I'll go and tell Hermali what we've heard. Und jetzt? Ich will nicht den Spinnen folgen. Hör, Leute. Ich werde das Let's Play an dieser Stelle beenden. Ja, wir gehen in einen Wald voller Spinnen. Das ist nicht so meins. So gar nicht, um genau zu sein. Oh, Mann, ey. Na, herrlich. Oh, Mann. Oh, wieso? Wieso Spinnen? Oh, Mann, ey. Was ist das denn? Was ist denn eine Spinne? Ist das ein schrumpfhörniger Schnarchkackler? Der ist eine Slut. Zack. Edelne Slut. Wow. Die kommt rapide auf mich zu. Wusch. Präzise, sag ich mal. Aber wo ist denn Ron, der alte Waschlappenbaum? Kommt denn der nicht mit? Das ist eine Pfeife, ey. Oh, der Wald ist aber sehr kahl, sag ich mal. Ein liebevoll gestalteter Wald. Juti. Also, solange ich keine große Spinne sehe, ist es völlig in Ordnung, ja. Sollte mir eine große Spinne entgegenkommen. Was ist denn hier? Warum? Hä? Ist das der Mondschein? Guck mal, wie ich leuchte. Hui. Ja, es scheint mir der Mond zu sein. Okay, diese kleinen Viecher, die sind mir egal, ne. Die Spinne, die dürfen nur keinen Körper haben. Das ist mir wichtig. Bitte keinen Körper und keine Haare am besten auch. Boah. Ich hab ja... Ah, hier, Bernie Milius. Hier ist er wieder. Ah. Psch. Boah. Bernie Milius. Lumos, um genau zu sein. Okay. Ich hab neulich in einem Part von Rayman 2... Oh Gott, da ist eine Riesenspinne. Oh Gott. Oh, Leute. Ach, du Scheiße. Und sie kommt präzise auf mich zu. Oh, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Bitte lass mich schnell töten. Zack. Frosch. Oh. Hui. Das war schon ein erster Schreckensmoment für mich. Puh. Ich hab neulich an einem Part von Rayman 2 erzählt, wie sehr meine Spinnphobie herrscht, äh, wie weit sie geht. Da habe ich doch tatsächlich geträumt, ne. Dass ich, ähm, immerhin in dem Haus meiner, meine Opa und Oma war, mache hinter mir das Tor zu. Dank, oh Gott, zwei Spinn. Spinnen mit Körper und Beinen. Oh Gott, wie die, oh. Oh, Mann. Hallos, komm her. Hallos. Oh Gott, sie kommen bei, doch wie zu. Komm her, eine reicht mir. Eine. Eine, sag ich. Oh mein Gott. Hallos, komm her hier. Sie töten. Hier bin ich. Hier bin ich. Hallo. Oh, zack. Volle Genki-Dama gefressen, ne. Oh. Yes. Okay, wenn ich mit einer vollen Genki-Dama anfange, dann bin ich auch schneller tot. Das ist gut. Uh, okay, hier geht's rein. Hier aber auch. Hä? Hm, welchen Weg nehmen wir jetzt? Ich glaube, der führt eher weiter. Das sieht mir nach so einem Zwischengang aus, weil wir irgendwas Cooles kriegen können. Äh, zum Beispiel... Tja, zum Beispiel ein Baumstamm. Was ist das denn hier? Ist das was? Ne. Okay, jetzt doch weiter. Scheiße. Dann guck ich jetzt... Hä, was war das? Ne. Dann guck ich so nochmal in den anderen Gang. Ich möchte ja nichts verpassen, ne. Oder hier? Ja, ne. Was steht, was mach ich denn jetzt? Links, rechts? Hm. Oder wo war ich? Hä, wo bin ich denn hier überhaupt? Sag mal. Wo waren denn jetzt diese scheiß Spinnen? Hier. Achso, hier, genau. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Ach. Ah, okay, nice. Die brauch ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber... Nimm halt mit, ne. Voller AP ist besser als nicht voll. Vor allem, ja, wir wissen, was uns hier gleich noch erwartet, ne. Zack, 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 zack. Oh, wie viel denn noch? Was ist denn das für ein Trank hier? Zack. Bum. Ja, die würde ich gerne mitnehmen, die Potion, muss ich sagen. Aber gut, dann... Ein Frosch würde es aber auch reichen, ne, aber pah. Gut. Das war also der Weg nur zu Potion, dann weiß ich jetzt, wo es weitergeht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hatte das Gefühl, da ging es eben nochmal eine Abzweigung lang. Das werde ich mir mal genauer ansehen. Und zwar hier und dann... Hier, hier. Ne. Ah, ist einfach nur schwarz. Das ist okay. Okay. Dann also hier lang. Oh, gleich kommen sie, Freunde. Gleich kommen sie. Oh ja, mit Schnecken, mit Schnecken weiß ich umzugehen. Ach, 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 ach. Komm, ja Schnecke. Du kannst mir nix. Die sind wirklich einfach nur low, ne? Die machen gar nix. Die sind einfach nur da. Und diese ganzen Einkerbungen, die nerven mich auch irgendwie. Irgendwie habe ich schon mal das Gefühl, da ist was. Aber da ist nix. Die machen mich fertig, diese Einkerbungen. Uah. Komm mir nicht zu nah, Schnecke. Das möchte ich von naschen. Auf jeden Fall geben sie mir eine schmackhafte Bohne ab. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Oh. Hier ist ein Wasserfall im Wald? Weiß das Dumbledore? Warte mal, hier geht es erstmal hoch. Das möchte ich mir erstmal aus der Nähe ansehen. Wo wir irgendwas komisches machen? Ja, ne, ne? Okay. Also, Stinware Point. Ja, da ist was, tatsächlich. Remilius. Zack. Achso, jetzt, okay. Fix, 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 fix. Komm, junger Harry, komm, junger Harry. Wir haben nicht ewig Zeit. Komm. Wow. Okay. Puh, geschafft. Und Rinn ja. Oh mein, oh mein, Spinne. Zack. 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 Warum habe ich denn gerade den Frosch genommen? Ah, hier ist noch einer. Yay. Zack. Äh, ja, frag mich nicht, äh. Frag mich nicht. Ne. Dabei belast ich's. Frag mich nicht. Hey, geh kaputt, wenn ich das will. So. Gleich müsste es soweit sein. Wir spielen noch bis dahin und dann höre ich erstmal auf, ne, den, diese tollen, tollen Sachen, die da passieren mit den Spinnen. Ey. Die lasse ich uns für den nächsten Part übrig, würde ich sagen. Ist hier noch was Geiles? Ne. Also zumindest ist der Birdie-Mill-Biars-Zauber in diesem Part, Harry Potter, cooler. Mit diesem Light Flash hier. Das macht zumindest ein bisschen mehr her, finde ich. Och, nächste Spinne, ey. Na gut, komm, wenn's sein muss. Mach ich dich halt auch noch fertig, ne. Zack. Ah, oh, die volle Lade. Oh Gott, Alter. Oh, geh weg, geh weg. Volle Ladung gefressen. Holy shit. Und kein Frosch in sich. Na, klasse. Boah, da hab ich aber halt richtig gefressen, ne. Oh. Boom. Ei, ei, ei. Oh, ja, ein Zaubertrank. Das ist gut. Das ist ohne Karte. Nice. Okay, dann wollen wir mal fleißig hier drauf losmixen. Hey, wenn da jetzt eine Karte ist, dann sieht mir das so nach Ende aus. Ich hab aber grad gar keinen Ausgang gesehen. Aber gut, ich lass mich überraschen, ne. Harry Potter wird schon wissen, wo er hin will. So, ja. Der Pot, der kommt mir tatsächlich gelegt... Achso, ja, Collect. Wie der mich wegschiebt, so ein kleines Fläschchen. Hallo. Du bist ja auserwählte, Junge. Lass dich ja nicht von so einem Fläschchen wegschieben. So. Okay, Karte. Jetzt bin ich gespannt. Hier geht's nicht weiter. Hm. Hä? Hallo. Geht nicht weiter. Wie, hab ich jetzt das verpasst? Hä? What? Hier ist doch nix. Scheiße. Okay, hier ist ein Slut. Achso, das war grad nur ein Geheimgang. Hier hinten geht's weiter. Ah. Ah, alles klar. Okay, wir haben mal so eine geile Karte gefunden. Nice. Wir haben noch unser Duell offen mit der 15. Karte. Ich erinnere mich da schon dran. Aber ihr seht ja selbst, ne. Ich werde immer direkt hier ins nächste... Ey, bist du denn hier? Ich werde immer direkt ins nächste Abenteuer geschmissen. Wer die Milie ist, sag ich. Oh. Okay. So einer bis zum. Okay. Muss man also... Ach, scheiße. Jetzt ist der wieder weg. Okay, ich würde trotzdem sagen, erst den. Dann den. Ne, der ja wäre schlauer gewesen zuerst. Ich glaube, wir schaffen es jetzt nicht mehr. Komm schon, komm schon, Junge. Hurry. Oh, halt dich fest. Jawohl. Gut gemacht, mein Freund. Gut gemacht. So. Oh nein, Spinne. Diese verdammten Dreckspinne, ey. Äh. Äh. Du Unwesen. Stopp. Gut. Es könnte jederzeit passieren, dass das finale Dings kommt. Und das möchte ich im nächsten Part machen. Darum mache ich jetzt hier erstmal Feierabend, Leute. Und ich sage, wenn euch der Part gefallen hat, dann macht das doch gerne kenntlich mittels eines Daumen und oder Kommentars. Und ansonsten, Leute, wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Part. Und bis dahin sage ich Tschüssi. Und bis bald. Und bis bald. Und bis bald. Vielen Dank.